An den Finanzmärkten sehen wir derzeit ein sehr uneinheitliches Bild. Die Zinsen bleiben länger höher als gedacht. Es gibt durchaus gute Unternehmensergebnisse, vor allen Dingen aus den USA. Aber die geopolitischen Risiken insgesamt auf der Welt werden immer größer. Und bei all dem, was immer gleich bleibt, es scheint so, die Börsen steigen immer weiter. Wie in einem solchen Umfeld agieren, darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Fondsmanagerin Gabriela Hartmann. Sie ist Vorständin bei Perspektive Asset Management in München. Schönen guten Tag Frau Hartmann. Hallo Herr Kersche. Ja, ein sehr, sehr komplexes Umfeld, das wir derzeit sehen. Wie agieren Sie denn als Fondsmanagerin in diesem Umfeld? Ja, wir hatten heute auch ein Marktmeeting. Und tatsächlich ist es ja so, dass es augenblicklich so scheint, dass geopolitisch das nicht ganz so schlimm sein könnte, wie wir vielleicht dachten. Also von der Börse her gesprochen. Und wir sind jetzt mitten in der Berichtssaison. Von daher haben wir eher wieder so ein bisschen die Themen, dass wir sagen, wir kommen jetzt vor den Unternehmensnachrichten und wir kommen auch stark bottom up sozusagen. Und das ist ja auch der Kern von aktivem Management. Ein Thema, mit dem wir uns das ganze Jahr über schon beschäftigen und das ist wirklich diszipliniert zu sagen, das ist eine Aktie, die ist zu teuer geworden, von der trennen wir uns. Wir haben uns nicht in die Aktie verliebt, obwohl sie uns Kursgewinne gebracht hat. Und wir suchen im Gegenzug, und das ist wirklich eine schwierige Aufgabe im Moment, günstige Titel, die aber trotzdem Wachstumsaussichten bieten. Also diese Disziplin, die ist im Moment eigentlich so ein bisschen die Tür. Und da auch, ich würde fast sagen, Neudeutsch von dem Growth-Tilt auf einen Value-Tilt auch zu gehen. Und bevor wir auf diese Disziplin eingehen, das finde ich ja ganz, ganz spannend, noch ein Wort vielleicht nochmal zu diesen Rahmenbedingungen, weil Sie es nicht erwähnt hatten. Spielen die Zinsen und die Tatsache, dass die Zinsen höher, länger hoch bleiben als gedacht, spielt das für Sie als Fondsmanagerin eine Rolle? Ja und nein. Also es ist so, dass es unglaublich die Märkte bewegt. Das war ja auch die Korrektur, die wir die letzten Wochen jetzt gesehen haben. Das war ja genau aus dem Grund, die Inflationszahlen aus den USA kamen mit 3,5 Prozent rein. Und damit war auch für die FED eine klare Ansage, das wird so schnell nichts mit Zinssenkungen. Und die Märkte haben auch entsprechend reagiert. Also ich meine, mein Thema ist ja vorwiegend Aktien und keine Anleihen. Aber auch die Aktienmärkte werden natürlich ganz stark von der US-FED bewegt. Aber ich sage deshalb auch eher nein, weil wir versuchen ja doch uns aus dem Rauschen von Notenbank-Sitzungen rauszunehmen und zu sagen, wo finden wir langfristig gute Unternehmen. Und langfristig wäre natürlich am schönsten für Jahre hinweg, vielleicht sogar Jahrzehnte im Idealfall. Jetzt hatten Sie vorhin gesprochen von der Disziplin, die Sie walten lassen müssen als Fondsmanagerin. Nämlich auch dabei darauf zu gucken, welche Unternehmen sind vielleicht zu hoch bewertet, welche sind günstig bewertet. Und diese Disziplin, die man ja vielleicht noch, ich sage mal, im professionellen Kontext aufbringt, ist das bei Ihnen dann genauso auch privat? Also sind Sie da, wenn Sie privat anlegen, genauso konsequent und diszipliniert? Ehrlicherweise aus genau dem Grund, und da gibt es ja diesen schönen Spruch, Eat Your Own Cooking. Also ich investiere in den von mir gemenschen Fonds. Was für die Investoren gut ist, ist also definitiv auch für mich gut. Aber mit dieser Disziplin, also ich habe jetzt die Tage eine Aufgabe. Also wie gesagt, mein eigenes Depot, da wird nicht getradet, nicht gezockt, aber ich habe einen Sohn, der demnächst 18 wird. Und da hatte ich ja doch eine gewisse Mission, ja, oder einen Entziehungsauftrag. Und wollte also nicht sagen, hier, Sohnemann, hast du Geld, das ich mal spare, in einen Aktienfonds, den ich verwalte, sondern ich wollte ihn schon an das Thema Aktie ja auch heranbringen. Und das mit einem persönlichen Bezug. Das ist so, wie wird es ja auch durchaus aus der Lektüre, aus dem agrisächsischen Bereich kennen, kauf was, was du verstehst, wo du einen persönlichen Bezug hast. Und beim Sohn, der also dann jetzt 18 wird und ein iPhone da war und der YouTube guckt, war das glücklicherweise dann Apple und Google. Und damit kann ich ihm also dann auch im nächsten Monat ein Depot zeigen, was schön ist. Aber, Herr Kescher, es gibt auch Leichen im Keller und das fand ich eine nette Geschichte. Da waren wir in Hamburg bei der Hafenpromenade oder Hafenparade heißt es, mit den großen Kreuzfahrtschiffen. Und das muss so ungefähr 2016, 17 gewesen sein. Und dann sagte mein Sohn, ah, wann machen wir denn mal eine Kreuzfahrt? Weil da waren Kreuzfahrtschiffe und Kreuzfahrten sehr angesagt. Und dann habe ich gesagt, ah, wir können uns mal Kreuzfahrtaktien für dich kaufen. Und so können wir aber anfangen, naja, und Jahre später. Ja, es wird dann ein Sommer mit einem Deutschland-Ticket und keine Kreuzfahrt. Und interessanterweise, ich finde es aber trotzdem ganz gut, sich da auch nochmal zu reflektieren. Und da hatten Sie kürzlich ja schon das Interview mit Herrn Reste zu dem Thema 4G, die ja auch Kostellani aufgestellt hat. Und die 4G, wenn man es nochmal wiederholt, war Geld. Also Geld ist vorhanden und dann braucht man auch Gedanken und dann braucht man Geduld und dann braucht man Glück. Und dann habe ich mich gefragt, was habe ich jetzt bei dieser Kreuzfahrtaktie für meinen Sohn also falsch gemacht? Definitiv war mir das Glück nicht heute, weil Corona konnte man nicht vorhersehen. Und mit Corona sind natürlich Kreuzfahrtaktien entsprechend auch in den Keller gegangen und auf ein Niveau gesunken, wo man sie wahrscheinlich nur mit Nachkäufen dann irgendwie wieder ausbalancieren kann. Ich denke aber auch, weil da geht es ja auch um dieses Thema, ist man zittrig oder ist man hartgesotten, so wie diese Einteilung auch war. Und es macht schon Sinn, ein bisschen Disziplin dann auch als Privatanleger behalten zu lassen, dass man sagt, was ist denn mein Investment Case? Stimmt das noch? Können die Menschen so viel wieder mit Kreuzfahrtschiffen unterwegs sein? Und da ein bisschen mehr Gedanken sich darum zu machen, ich denke, das war in dem Fall jetzt mein Fehler. Ja, aber gut, wir gehen dann Bahn fahren und das ist ja auch nachhaltiger. Ja, durchaus ja auch. Frau Hartmann, gibt es denn eine Aktie, von der Sie sagen würden, da kommt jetzt zum Beispiel bei Ihnen beides zusammen, also wo Sie sagen, da haben Sie einen persönlichen Bezug und da gibt es derzeit auch einen guten Einstiegszeitpunkt, wobei, Klammern, das sollte man immer wieder dazu sagen, das wäre jetzt keine Anlageempfehlung. Aber was meinen Sie, gibt es eine solche Aktie? Ja, ich habe es eingegangen erwähnt, das ist nicht leicht für mich gerade günstige, gute Aktien zu finden. Etwas mutig, aber Sie kennen vielleicht das britische Traditionsunternehmen für Trenchcoats namens Burberry und da ist der Kurs absolut im Keller. Also der liegt bei etwas über 10 Pfund und auf dem Niveau war er 2016. Da kann man also wirklich sagen, man kauft eher unten und nicht oben, wie es jetzt oftmals mit Technologieaktionen so gewesen wäre. Burberry als englisches Modeunternehmen hat natürlich das Thema, dass zum einen es ein sehr kleines Haus ist, also wir sprechen nur von 5 Milliarden Marktkapitalisierung, das ist nicht besonders viel, es ist auch nicht ein ganzes Bündel an Brands, sondern es ist diese eine Brand, die englische Marke und da vorwiegend die Trenchcoats ein bisschen Leder waren und wir können uns vorstellen, Luxusgüter sind aber auch ein Markt, der durchaus ein bisschen umkämpft ist und dort geht es auch um das Thema China. Auch Burberry setzt fast die Hälfte in China ab und das China-Geschäft läuft nicht ganz so gut. Jetzt hat man sich einen neuen Designer geholt, der bei Bottega Venetat es schon gerettet hat und hofft also da, dass es auf einen Turnaround geht. Aber grundsätzlich würde ich mit einer Perspektive von mehreren Jahren mir schon vorstellen können, dass es ein Übernahmekandidat ist oder eben wieder Wachstumsaussichten da ist. Es ist ja eine Marke vorhanden und von daher, das wäre jetzt für mich persönlich eine Aktie, wo ich mich trauen würde, aber natürlich keine Anlageempfehlung. Also ich merke, Gedanken haben Sie sich gemacht in Sachen Burberry, also Geduld auch. Sie hatten den Anlagehorizont hier auch beschrieben, Geld vorausgesetzt. Also wie hoch ist denn dann der Anteil jetzt noch von dem vierten G, über das wir gesprochen haben, von Glück? Der Anteil von Glück? Herr Kerscher, kein Investor ist überzeugt, wenn man sagen würde, der Glücksanteil ist enorm hoch. Deshalb halten wir natürlich immer die Strategie und die Disziplin hoch. Das Glück ist mit den Tüchtigen, das muss ja schließlich dann irgendwie auch noch dazu kommen. Genau, luck finds the prepared. Vielen Dank an dieser Stelle mit Gabriele Hartmann, Fondsmanagerin und Vorstellin bei Perspektive Asset Management in München. Habe ich gesprochen über Disziplin im Fondsmanagement, im Professionellen wie im Privaten auch. Vielen Dank an dieser Stelle für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Kerscher.